Aber irgendwie, weiß ich nicht. Will der Funken nicht so überspringen jetzt gerade in dem Augenblick. Zeit für ein neues Spiel, ich will es durchspielen. Ist mir doch ein bisschen zu linear aufgebaut. Also nicht linear, sondern so irgendwie, ja. Aber es ist nicht aller Tage Abend, bei Männer 2 hab ich das auch gesagt, und am Ende hat es mir auch mehr oder weniger gefallen. Ich sag mal, das Spiel war zwischenzeitlich extrem langweilig und auch extrem schlecht und extrem unrealistisch. Aber das Ende fand ich ganz gut, storytechnisch. War jetzt nicht das Schlechteste. Helfer Hypo hab ich. Shotgun Shell hab ich auch. Open. Nur wo kam der Typ nochmal her? Was ist das für Sound, ey? Ja, ich seh's doch. Ach, das war doch genau, was war das nochmal? Ey, der bricht da nicht nochmal rein. 2... 8, 6, 2, 2, 6, 8. Äh, war das, Moment. 8, 6, 2. Dann war das, 6, 8, 2. Dann war das, 6, 8, 2. Dann war das, 6, 2, 8. Das kann ich aber einfach alles durchprobieren. 6, 2, 8. Jawohl! Bevor mir der Josef hier noch kommt. Schließ' ich die Tür. Ha, hat auch so viel gebracht. Open. Close. Und zumachen. Damit mir ja keiner folgen kann. Es brummt. Gruselige Musik. Okay. Bin ich das? Okay, da geht's runter, da geht's nicht lang. Kamera ist da. Pipe ist da. Okidoki. A, D, A, C. A, D, A, D, A, C. Falls das jemand kennt. Das ist, äh, ja, wie sagt man? Sehr interessante, haha. Leider climb, da. Medical storage und crematorium. Crematorium? Da ist wohl irgendwas lustiges passiert. Ja, ich wusste es. Ist das es? Der Test? Der Test? Du wastest dein Leben, zu schauen, zu Tests. Zu schauen, zu einer einfachen Lösung zu deinem pathetischen Leben. Ich weiß. Deshalb wollte ich von dir testen, um es zu verändern. Du wastest dein Leben, zu schauen, zu einem Weg, zu testen. Und was ist das Ziel des Testes? Ich weiß nicht, wie ohne es leben zu leben. Weil er nicht ohne Tests leben kann. Am Ende ist das ganze Leben nur ein riesengroßer Test, wa? Uuuh. Uuuh. Da liegt auch Brocken und das Licht flackert schon wieder. Er kriegt die Krise, alter. Aber wie das aussieht, ey. Diese Brocken dazu noch. Bleh. Dass das Spiel ungeschnitten in Deutschland rausgekommen ist, wundert mich schon echt, ey. Personal AD. Chaos AD. Bla. Da lang oder da lang? Was sagt ihr, Leute? Entscheidet ihr? Haha. Entscheidet mal jetzt, komm. Okay. Sagt links, dann denke ich, links lang. War eine gute Entscheidung, Leute. Habt ihr da nichts gefunden? Habt ihr Rehe, Pfeil, hier. Lockerstörst. Ne Fuße, immer hinten. Ja, siehst du, Leute? Habt ihr gut gemacht. Ich bin euch dankbar. Molotow. Es war so klar. Aber es ist nur einer, also... Scheiß, ich da mal drauf. Was das aber für ein riesiges Areal ist, ey. Aber Obi, 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 Obi. Der war doch im zweiten Teil, oder? Genau. Obi war im zweiten Teil. Und zwar... War das der, der, glaube ich, in den Ofen gekrabbelt ist. Aber wurde der schon mal getestet? Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne, das ist doch alles neu gewesen für die... Der Werder noch gar nicht. Das ist doch Quatsch. Das ist doch gelogen. Das Spiel lügt. Hm. Mob. Aha. Ammonia haben wir schon. Monika, Monika, mit dem vollen Haar. Stylfusebox. Okay. Geil. Das muss man erstmal... Ah. Wo jetzt? Was jetzt? Da war doch gar nichts. Ah doch da. Da. So ein ganz kleines bisschen. Ach, heul nicht rum, Junge. Wenigstens ohne Zeitbeschränkung. Kann ich mir in aller Ruhe Zeit lassen. Das finde ich gut. Jo, 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 jo. Lalalala. 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 Lalalala Ha 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 idiot Noch einer Ey die Musik jetzt muss ich es leiser machen sonst geht es mir auf den sack Was ist denn das da? Verschwommen, verschwommen, aha, aha Tockelen wir mal wieder die Fuse Box Super Das war jetzt easy Die Venture kommt wahrscheinlich trotzdem gleich einer, alter hier ist doch nix Crematorium, Medical Storage Okay, ja Cut by a surgeon's hand, so geh uns, keine Ahnung Checkpoint Flashlight hab ich schon, note, readen wir mal Holds the key to life, aha Exit Was war das? Pipe, okay Refile Case, ja, ja Ey die Cater sind so doof, ey Die liest sich doch keiner durch Do, er ist locked Do, er ist locked Do, er ist locked Locked, kennt noch jemand, Blood 2, also chosen Das war extrem epic, man Geh mir die Tür, wenn er gesagt hat, wenn die Tür verschlossen war Lackt 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 Der hält ja hier 20 Milliarden Schüsse aus Für Jigsaw Chest, hab ich nicht, okay Muss ich mir erstmal die Scheiße da holen Aber ich kann ja noch Traps aufbauen Genau Aber hier geht's ja auch nicht weiter Oder? Ist da was drin? Fuse Cool Jigir, Jigiri, Jigiri Hellpipos voll, okay, dann nehme ich mal das Hellpipo hier Oh Und laden wir wieder auf Und ich will Angst haben, es ist nicht gruselig gerade Oho, oho, oho Nein, 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 remove, remove 3 Drei, 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 Drei Drei, Drei, Drei Habe ich doch auch, man, ich soll ich wieder, oh man Warum sagt mir das denn keiner? Pick up Picken wir mal so door Ja, super Super nothing found ok, it's fire it, ja shopping cart ok oh, waschbecken move barrack ok, ne, da will ich noch nicht lang ich wollte erstmal hier reingucken weil da hinten geht's jetzt in crematorium und hier geht's bestimmt irgendwie anders lang mag's, ist das spot äh, nö, kriegst du aber nicht, Arschloch bist mein, Keyman Puse und jetzt äh oh hab ich nicht gerade erschrocken, ich hätte es nicht damit gerechnet ich dachte jetzt in den Augen fallen ab oder so aber das war jetzt okay cool was ne Aktion, ey aber der liegt ja noch da in Einzelteilen im ganzen Stück meine ich in Einzelteilen natürlich oh, siehst du das hätte ich viel mehr gebrauchen können was ist denn das was ist denn da drin ist das ein Messer ist das ein Schwert oder sowas, ne so ein Hacke, Hacke-Ding Messer Langet-Messer super Langet-Messer richtig geil das Messer richtig geil das Messer richtig geil das Messer richtig geil das Messer wie es hier voll doof ist ey stirb endlich Arschloch stirb einfach warum ich jetzt von dir weg man es ist voll doof wisst ihr das ja meine jüte ich bewege dich grafik baut ich nicht auf kein praktisches aber wie war da oben ja auch gar nichts interessantes oder ich gehe einfach weiter ich gehe einfach weiter die maus steuerung regt mich aufmann so hier war doch bestimmt irgendwas drin oder nee da nicht barricade open genau nee oder ich bin jetzt im kreis gelaufen oder ich bin im kreis alter ich bin im kreis gelatscht wie behindert bin ich denn drauf habe ich so einen door picking door scheiß verschwendet hier ist ja gar nichts drin außer ne kamera wow ich guck mich noch mal genauer um muss doch irgendwas sein das ist ja voll fies man da will ich nicht hoch ich gehe da rein drei super da war nur kacke drin so was brauche ich nicht genau fuse ist schon mal schön wo ging es denn jetzt weiter ich bin grad irgendwie voll dämlich ist doch da weiter da ging es ja nicht lang da bin ich mir sicher es ging doch ach so mhm krematorium ja